Das nächste Gebet, das die Veden in Person an den Herrn richten, beschreibt, wie er, die höchste Persönlichkeit Gottes, in die verschiedenen Lebensformen eingeht. Im 14. Kapitel der Bhagavad Gita wird gesagt, dass in jeder Lebensart und in jeder Lebensform die spirituelle Teilerweiterung des höchsten Herrn anwesend ist. Der Herr erklärt selbst in der Bhagavad Gita, dass er der samengebende Vater aller Lebensarten und Formen ist, und deshalb sind diese als Söhne des Herrn anzusehen. Die Tatsache, dass der höchste Herr als Paramatma in das Herz eines jeden Lebewesens eingeht, verwirrt die Unpersönlichkeitsanhänger bisweilen, da nach ihrer Vorstellung die Lebewesen dem höchsten Herrn ebenbürtig sind. Sie glauben, weil der höchste Herr zusammen mit der individuellen Seele in die verschiedenen Körper eingehe, bestehen zwischen dem Herrn und den individuellen Lebewesen kein Unterschied. Die Streitfrage, die sie aufwerfen, lautet, warum sollten die individuellen Seelen den Paramatma, die Überseele, verehren? Ihrer Auffassung nach befinden sich die Überseele und die individuelle Seele auf der gleichen Ebene. Sie seien eins, und es bestehe kein Unterschied zwischen ihnen. Zwischen der Überseele und der individuellen Seele besteht in Wirklichkeit jedoch ein großer Unterschied. Und dies wird im 15. Kapitel der Bhagavad-Gita erklärt, wo der Herr sagt, dass er dem Lebewesen übergeordnet ist, obwohl er mit ihm im gleichen Körper weilt. Er gibt der individuellen Seele von innen Anweisungen und Intelligenz. In der Gita wird eindeutig erklärt, dass der Herr der individuellen Seele Intelligenz gibt und dass sowohl Erinnerung als auch Vergessen auf den Einfluss der Überseele zurückzuführen sind. Niemand kann unabhängig vom Einverständnis der Überseele handeln. Die individuelle Seele handelt deshalb entsprechend ihrem früheren Karma, an das sie vom Herrn erinnert wird. Es ist die Eigenschaft der individuellen Seele zu vergessen. Doch der Herr in ihrem Herzen erinnert sie daran, was sie in ihrem vorherigen Leben tun wollte. Die Intelligenz der individuellen Seele manifestiert sich wie das Feuer im Holz. Obwohl Feuer immer Feuer ist, richtet sich seine Größe nach der Größe des Holzes. In ähnlicher Weise verhält es sich mit der individuellen Seele. Obwohl sie immer qualitativ eins mit dem Höchsten Herrn ist, entfaltet sie sich entsprechend den Begrenzungen ihres jeweiligen Körpers. Der Höchste Herr oder die Überseele wird als Ekaras bezeichnet. Ekar bedeutet Eins und Ras Geschmack. Der Höchste Herr ist in seiner transzendentalen Stellung stets voller Ewigkeit, Glückseligkeit und Wissen. Seine Ekaras Stellung wandelt sich nicht im Geringsten, wenn er zum Zeugen und Ratgeber der individuellen Seele in jedem individuellen Körper wird. Die individuelle Seele, von Brahma bis hinunter zur Ameise, entfaltet ihre spirituelle Kraft je nach ihrem Körper. Die Halbgötter gehören zur gleichen Kategorie wie die individuellen Seelen in den Körpern von Menschen und niederen Tieren. Intelligente Menschen verehren deshalb nicht die Halbgötter, die nur winzige Vertreter Krishnas sind, die sich in bedingten Körpern manifestieren. Die individuelle Seele kann ihre Kräfte nur entsprechend der Größe und Beschaffenheit ihres Körpers entfalten, wohingegen die höchste Persönlichkeit Gottes ihre vollkommenen Kräfte in jeder Form und Gestalt ohne Einschränkung manifestieren kann. Die These der Mayavadi-Philosophen, nach der Gott und die individuelle Seele ein und dasselbe sind, ist unannehmbar, da die individuelle Seele ihre Kräfte nur gemäß der Entwicklung der verschiedenen Körper zu entweiten vermag. Die individuelle Seele im Körper eines Säuglings kann niemals die Kraft und Energie eines erwachsenen Mannes aufbringen. Die höchste Persönlichkeit Gottes, Krishna, jedoch konnte sogar als kleines Kind auf dem Schoß seiner Mutter seine ganze Kraft und Energie entfalten, was sich zeigte, als er Putana und andere Dämonen, die ihn angriffen, tötete. Aus diesem Grund wird die spirituelle Kraft der höchsten Persönlichkeit Gottes als Ekaras, unveränderlich, bezeichnet. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist also das einzig verehrungswürdige Ziel. Und diejenigen, die sich von dem verunreinigenden Einfluss der materiellen Natur befreit haben, sind sich dessen vollkommen bewusst. Mit anderen Worten, nur befreite Seelen können die höchste Persönlichkeit Gottes verehren. Die unintelligenten Mayavadis wenden sich der Verehrung von Halbgöttern zu, da sie meinen, die Halbgötter befänden sich auf derselben Stufe wie die höchste Persönlichkeit Gottes. Die Veden in Person brachten dem Herrn weitere Ererbietungen dar. Lieber Herr, beteten sie, diejenigen, die nach vielen Leben tatsächlich weise geworden sind, widmen sich in vollkommenem Wissen der Verehrung deiner Lotusfüße. Dies wird auch in der Bhagavad-Gita bestätigt, wo der Herr sagt, dass sich ein Mahatma, eine große Seele, nach vielen, vielen Leben dem Herrn hingibt, da er erkannt hat, dass Vasudev, Krishna, die Ursache aller Ursachen ist. Die Veden fuhren fort. Wie wir bereits erklärt haben, werden uns der Geist, die Intelligenz und die Sinne von Gott gegeben. Wenn diese Werkzeuge tatsächlich geläutert worden sind, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als sie im hingebungsvollen Dienst des Herrn zu beschäftigen. Die Lebewesen sind nur deshalb in den verschiedenen Lebensformen gefangen, weil sie ihren Geist, ihre Intelligenz und ihre Sinne für materielle Tätigkeiten missbrauchen. Die verschiedenartigen Körper werden dem Lebewesen als Ergebnis seiner Handlungen gegeben und sie werden nach dem Wunsch des Lebewesens von der materiellen Natur geschaffen. Weil das Lebewesen eine bestimmte Art von Körper begehrt und verdient, wird ihm dieser auf Anordnung des höchsten Herrn von der materiellen Natur gegeben. Im dritten Kanto des Srimad Bhagavatam wird erklärt, dass das Lebewesen unter der Aufsicht höherer Autorität in den Samen eines männlichen Wesens versetzt und später in den Schoß eines entsprechenden weiblichen Wesens gegeben wird, sodass es dort einen ganz bestimmten Körper entwickeln kann. Das Lebewesen gebraucht seine Sinne, seine Intelligenz, seinen Geist und so weiter auf eine Art und Weise, die es selbst wählt, und entwickelt so einen bestimmten Körper, der dann zu seinem Gefängnis wird. So wird das Lebewesen, je nach den Situationen und Umständen, in die verschiedensten Lebensformen versetzt, sei es in den Körper eines Halbgottes, eines Menschen oder eines Tieres. In den vedischen Schriften wird erklärt, dass die Lebewesen, die in den verschiedenen Lebensformen gefangen sind, winzige Bestandteile des höchsten Herrn sind. Die Mayavadi-Philosophen halten das Lebewesen für den Paramatma, der jedoch in Wirklichkeit das Lebewesen als Freund begleitet. Weil sich der Paramatma, der lokalisierte Aspekt der höchsten Persönlichkeit Gottes und das individuelle Lebewesen gemeinsam im gleichen Körper befinden, tritt manchmal das Missverständnis auf, es gäbe zwischen ihnen keinen Unterschied. In Wirklichkeit jedoch besteht zwischen der individuellen Seele und der Überseele ein gewaltiger Unterschied, und dieser Unterschied wird im Varaha Purana definiert. Der Höchste Herr hat zwei Arten von Erweiterungen, die von ihm ausgehen. Das Lebewesen, das Vibhinangsa genannt wird, und den Paramatma, die vollständige Erweiterung des höchsten Herrn, die Svangsa genannt wird. Die Svangsa-Erweiterung des höchsten Herrn ist genauso mächtig wie er selbst. Es besteht nicht der geringste Unterschied zwischen der Macht des höchsten Herrn und seiner vollständigen Erweiterung als Paramatma, wohingegen die Vibhinangsa-Teile nur über einen geringen Teil der Kräfte des Herrn verfügen. Die Narayan Pancharatra erklärt, dass die Lebewesen, die die marginale Energie des Herrn bilden, zweifellos qualitativ von gleicher spiritueller Natur sind wie der Herr selbst, dass sie aber, im Gegensatz zu ihm, dazu anfällig sind, von den materiellen Erscheinungsweisen verunreinigt zu werden. Weil das winzige Lebewesen dazu neigt, dem Einfluss der materiellen Erscheinungsweisen zu erliegen, nennt man es Jiva. Manchmal wird die höchste Persönlichkeit Gottes auch Shiva, der in jeder Hinsicht Glück verheißende, genannt. Der Unterschied zwischen Shiva und Jiva liegt darin, dass die in jeder Hinsicht glücksverheißende höchste Persönlichkeit Gottes niemals von den materiellen Erscheinungsweisen berührt wird, wohingegen die winzigen Teile der höchsten Persönlichkeit Gottes von den Erscheinungsweisen der materiellen Natur beeinflusst werden können. Die Überseele im Körper des individuellen Lebens ist eine vollständige Teilerweiterung des höchsten Herrn. Und als solche ist sie für das individuelle Lebewesen verehrungswürdig. Die großen Weisen sind deshalb zur Schlussfolgerung gekommen, dass der Vorgang der Meditation so beschaffen sein muss, dass das individuelle Lebewesen seine Aufmerksamkeit auf die Lotusfüße der Überseele, der Gestalt Vishnus, richten kann. Das ist wirklicher Samadhi. Das Lebewesen kann nicht durch eigene Kraft aus der materiellen Verstrickung befreit werden. Es muss sich deshalb den himmgebungsvollen Dienst zu den Lotusfüßen des Herrn, der als Überseele in seinem Herzen weilt, zuwenden. Shrida Swami, der große Kommentator des Srimad Bhagavatam, verfasste in diesem Zusammenhang einen wunderbaren Vers. Mein lieber Herr, ich bin ewig dein Teil. Jedoch befinde ich mich in der Gefangenschaft der materiellen Energie, die ebenfalls von dir ausgeht. Als Ursache aller Ursachen bist du in Form der Überseele in meinen Körper eingegangen, und ich habe das Vorrecht, mich mit dir zusammen des höchsten glückseligen Lebens voller Wissen zu erfreuen. Deshalb, mein lieber Herr, gib mir bitte den Befehl, dir liebevollen Dienst darzubringen, sodass ich wieder in meine ursprüngliche Stellung der transzendentalen Glückseligkeit erhoben werden kann. Die großen Persönlichkeiten verstehen, dass ein Lebewesen, das in der materiellen Welt gefangen ist, nicht durch eigene Kraft freikommen kann. Mit festem Vertrauen und unerschütterlicher Hingabe vertiefen sich solche großen Persönlichkeiten darin, dem Herrn in Liebe transzendentalen Dienst darzubringen. Dies ist die Schlussfolgerung der wedenden Person. Die wedenden Personen fuhren fort. Mein lieber Herr, es ist schwierig, vollkommenes Wissen über die absolute Wahrheit zu erlangen. In deiner Güte gegenüber den gefallenen Seelen erscheinst du, o Herr, in mannigfachen Inkarnationen und vollbringst die verschiedensten Taten. Du erscheinst sogar als historische Persönlichkeit in der materiellen Welt, und deine Spiele werden in den vedischen Schriften ausführlich beschrieben. Diese Spiele sind so anziehend wie der Ozean transzendentaler Glückseligkeit. Die meisten Menschen haben die natürliche Neigung, Erzählungen zu lesen, in denen gewöhnliche Jivas gepriesen werden. Wenn sie sich jedoch zu den vedischen Schriften hingezogen fühlen, die deine ewigen Spiele beschreiben, tauchen sie wahrhaftig in den Ozean der transzendentalen Glückseligkeit ein. So wie ein erschöpfter Mensch erfrischt wird, wenn er in ein Gewässer taucht, wird eine bedingte Seele, die aller materiellen Tätigkeiten müde ist, neu belebt und vergisst alles Elend des materiellen Lebens, wenn sie einfach in den transzendentalen Ozean deiner Spiele taucht. Und am Schluss geht sie in den Ozean der transzendentalen Glückseligkeit ein. Die intelligentesten Gottgeweihten widmen sich daher keiner anderen Methode der Selbstverwirklichung als dem hingebungsvollen Dienst und den neun verschiedenen Vorgängen des hingebungsvollen Lebens, vor allem Hören und Chanten. Wenn deine Geweihten über deine transzendentalen Spiele hören und Chanten, ist ihnen sogar die transzendentale Glückseligkeit gleichgültig, die durch Befreiung oder das Eingehen in die Existenz des Höchsten erlangt wird. Solchen Gottgeweihten liegt also nicht einmal etwas an sogenannter Befreiung und erst recht nicht an materiellen Tätigkeiten, durch die man auf die himmlischen Planeten erhoben wird, wo das Maß an Sinnbefriedigung viel größer ist. Reine Geweihte suchen nur die Gemeinschaft von Paramahansas, von großen, befreiten Gottgeweihten, damit sie fortwährend über deine Herrlichkeit hören und Chanten können. Zu diesem Zweck sind die reinen Gottgeweihten bereit, auf alle Annehmlichkeiten des Lebens, wie ein bequemes Familienleben und sogenannte Gesellschaft, Freundschaft und Liebe, zu verzichten. Diejenigen, die den Nektar der Hingabe gekostet haben, indem sie an der transzendentalen Klangschwingung des Chantens über deine Herrlichkeit Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Hare Hare, Geschmack gefunden haben, interessieren sich nicht im Geringsten für irgendwelche andere spirituelle Glückseligkeit oder für materielle Annehmlichkeiten, die dem reinen Gottgeweihten weniger bedeuten als das Stroh auf der Straße. Die wehenden Personen fuhren fort. Lieber Herr, wenn es jemandem gelingt, seinen Geist, seine Sinne und seine Intelligenz durch hingebungsvollen Dienst in völligem Krishna-Bewusstsein zu läutern, dann wird der Geist zum Freund. Andernfalls ist der Geist stets ein Feind. Wenn der Geist im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt ist, wird er zum guten Freund des Lebewesens, weil der Geist dann fähig ist, immer an den höchsten Herrn zu denken. Du, o Herr, bist dem Lebewesen seit aller Ewigkeit sehr lieb, und wenn daher der Geist in Gedanken an dich vertieft ist, erfährt man sogleich die große Zufriedenheit, nach der man sich Leben für Leben gesehnt hat. Wenn der Geist auf die Lotusfüße der höchsten Persönlichkeit Gottes gerichtet ist, besteht kein Interesse mehr, sich irgendeiner anderen, niedrigeren Art der Verehrung oder Selbstverwirklichung zuzuwenden. Ein Lebewesen, das versucht, einen Halbgott zu verehren oder das irgendeinem anderen Weg zur Selbstverwirklichung folgt, wird ein Opfer des Kreislaufes von Geburt und Tod. Und niemand kann sich vorstellen, welche Erniedrigung es für das Lebewesen bedeutet, wenn es in einer abscheulichen Lebensform wie der der Katzen und Hunde geboren wird. Shri Narutam Dastakur sagte in einem seiner Lieder, dass Menschen, die sich nicht dem hingebungsvollen Dienst des Herrn zuwenden, sondern an philosophischer Spekulation und fruchtbringenden Tätigkeiten Gefallen finden, die giftigen Ergebnisse dieser Handlungen trinken müssen. Solche Menschen werden dazu gezwungen, in den verschiedensten Lebensformen wiedergeboren zu werden und widerliche Gewohnheiten wie Fleischessen und Berauschung anzunehmen. Materialistische Menschen verehren im Allgemeinen den vergänglichen materiellen Körper und vergessen darüber das Wohl der spirituellen Seele im Körper. Einige von ihnen suchen bei der materialistischen Wissenschaft Zuflucht, um so die Annehmlichkeiten für den Körper zu verbessern, und andere wenden sich der Verehrung der Halbgötter zu, um auf die himmlischen Planeten erhoben zu werden. Ihr einziges Ziel im Leben ist es, dem materiellen Körper Annehmlichkeiten zu verschaffen, und so vergessen sie die Bedürfnisse der spirituellen Seele. Solche Menschen werden in den vedischen Schriften als selbstmörderisch bezeichnet. Weil die Anhaftung an den materiellen Körper und seine Freuden das Lebewesen dazu zwingt, durch den Kreislauf von Geburt und Tod zu wandern und als unumgängliche Folge davon die Qualen des materiellen Daseins zu erleiden. Die menschliche Form des Lebens bietet einem die Möglichkeit, seine wirkliche Identität zu verstehen. Und deshalb wenden sich die intelligentesten Menschen dem hingebungsvollen Dienst zu, um Geist, Sinne und Körper ohne Abweichung im Dienst des Herrn zu beschäftigen. Die vedenden Personen fuhren fort. Lieber Herr, es gibt viele mystische Yogis, die sehr gelehrt sind und sich entschlossen darum bemühen, die höchste Vollkommenheit des Lebens zu erreichen. Sie beschäftigen sich in dem Yoga-Vorgang, bei dem die Lebensluft im Körper unter Kontrolle gebracht wird, während man den Geist auf die Gestalt Vishnus richtet und die Sinne strengster Entsagung unterzieht. Obwohl sie sich diesem Yoga-Vorgang widmen und sich die verschiedensten Entsagungen Bußen und Opfer auferlegen, erreichen sie letzten Endes den gleichen Bestimmungsort wie diejenigen, die dir feindlich gesinnt sind. Mit anderen Worten, sowohl die Yogis als auch die großen und weißen Gyanis erreichen schließlich die unpersönliche Brahmanausstrahlung, die auch von den Dämonen, deinen erklärten Feinden, erreicht wird. Dämonen wie Kangsa, Shishupal und Dantavakra gingen ebenfalls in die Brahmanausstrahlung ein, da sie ständig über die höchste Persönlichkeit Gottes meditierten. Frauen wie die Gopis jedoch hingen in Liebe an Krishna und sie waren von seiner Schönheit fasziniert und ihre Meditation über Krishna war durch sehnsüchtige Verlangen hervorgerufen worden. Sie wollten von Krishnas Armen umschlossen werden, die der wundervollen runden Form einer Schlange gleichen. Ebenso meditieren auch wir die vedischen Hymnen über deine Lotusfüße. Frauen wie die Gopis meditieren über dich aufgrund sehnsüchtiger Verlangen und wir meditieren über deine Lotusfüße um nach Hause zu Gott zurück zu kehren. Auch deine Feinde richten ihren Geist auf dich, da sie immer daran denken, wie sie dich töten können und die Yogis nehmen viele schwere Bußen und Entsagungen auf sich, um deine unpersönliche Ausstrahlung zu erreichen. Obwohl all diese Personen auf unterschiedliche Weise über dich meditieren, erreichen sie alle, entsprechend ihrer jeweiligen Sichtweise, die spirituelle Vollkommenheit, da du allen Geweihten gleichgesinnt bist. In diesem Zusammenhang gibt es einen sehr schönen Vers von Shridaswami. Mein lieber Herr, immer an deine Lotusfüße zu denken, ist sehr schwierig. Es ist dies nur den großen Gottgeweihten möglich, die bereits Liebe zu dir entwickelt haben und dir mit Liebe und Hingabe dienen. Mein lieber Herr, ich wünsche mir, dass es auch für meinen Geist möglich sein wird, sich irgendwie auf deine Lotusfüße zu richten. Zumindest für einige Zeit. Die Stufen der spirituellen Vollkommenheit, die die verschiedenen Transzendentalisten erreichen, werden in der Bhagavad Gita beschrieben, wo der Herr sagt, dass er seinem Geweihten die erstrebte Vollkommenheit in dem Maße gewährt, wie dieser sich ihm hingibt. Die Unpersönlichkeitsanhänger, die Yogis und die Feinde des Herrn gehen in seine Transzendentale Ausstrahlung ein, wohingegen die Persönlichkeitsanhänger, die den Fußstapfen der Einwohner Vrindavans folgen und sich strikt an den Pfad des hingebungsvollen Dienstes halten, in das persönliche Reich Krishnas, Goloka Vrindavan oder auf die Vaikuntha-Planeten erhoben werden. Sowohl die Unpersönlichkeitsanhänger als auch die Persönlichkeitsanhänger gelangen also in die spirituelle Welt. Doch der Bestimmungsort der Unpersönlichkeitsanhänger ist die unpersönliche Brahmanausstrahlung, wohingegen die Verehrer der persönlichen Form des Herrn, gemäß ihrem Wunsch, dem Herrn in einem bestimmten Ras zu dienen, auf einem der Vaikuntha-Planeten oder auf dem Vrindavan-Planeten aufgenommen werden. Die personifizierten Veden sagten, dass diejenigen, die nach der Schöpfung der materiellen Welt geboren wurden, die Existenz der höchsten Persönlichkeit Gottes unmöglich verstehen können, indem sie einfach nur ihr materielles Wissen anstrengen. Ebenso wenig wie jemand, der in einer bestimmten Familie geboren wird, das Leben seines Urgroßvaters verstehen kann, der lange vor der neuen, gegenwärtigen Generation gelebt hat, können wir die höchste Persönlichkeit Gottes, Narayan, Sri Krishna, der ewig in der spirituellen Welt lebt, verstehen. Im achten Kapitel der Bhagavad-Gita wird unmissverständlich erklärt, dass man sich Krishna, der höchsten Person, der ewig in seinem spirituellen Königreich, Sanatandam, weilt, nur durch hingebungsvollen Dienst nähern kann. Brahma ist das erst erschaffene Wesen in der materiellen Schöpfung. Vor Brahma gab es keine Lebewesen in der materiellen Welt. Sie war leer und finster, bis Brahma auf der Lotusblume, die aus Gabudakaschai Vishnus Nabel hervorspross, geboren wurde. Gabudakaschai Vishnu ist eine Erweiterung Karanudakaschai Vishnus, Karanudakaschai Vishnu ist eine Erweiterung Shankashans und Shankashan ist eine Erweiterung Balarams. Balaram schließlich ist eine direkte Erweiterung Shri Krishnas. Nach der Erschaffung Brahmas wurden zwei Arten von Halbgöttern geboren. Die Halbgötter, wie die vier Kumara-Brüder, Sanaka, Sanatana, Sanandana und Sanatkumar, die das Beispiel geben, der Welt zu entsagen, und die Halbgötter wie Marichi und seine Nachkommen, die dazu bestimmt sind, die materielle Welt zu genießen. Von diesen beiden Arten von Halbgöttern wurden allmählich alle anderen Lebewesen im Universum einschließlich der Menschen hervorgebracht. Deshalb ist jedes Lebewesen in der materiellen Welt, auch Brahma, die anderen Halbgötter und die Rakshasas, als jung anzusehen, und zwar in dem Sinne, dass sie alle erst vor kurzer Zeit geboren wurden. Ebenso wie jemand, der erst vor kurzem in einer Familie geboren wurde, unmöglich seine entfernten Vorfahren kennen kann, so kann niemand in der materiellen Welt die Stellung des Herrn in der spirituellen Welt verstehen. Denn die materielle Welt wurde erst vor kurzer Zeit geschaffen. Obwohl die Manifestationen der materiellen Welt, nämlich die Zeitelemente, die Lebewesen, die Veden und die grobstofflichen und feinstofflichen Elemente von langer Existenzdauer sind, wurden sie doch alle zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal geschaffen. Alles, was ein Erzeugnis dieser Schöpfung ist oder als Mittel gilt, die ursprüngliche Ursache der Schöpfung zu erkennen, ist als jung anzusehen. Deshalb sind die Vorgänge der Selbstverwirklichung bzw. Gottes Erkenntnis in Form von fruchtbringenden Tätigkeiten philosophischer Spekulation und mystischem Yoga Wege, die einen nicht wirklich zur höchsten Quelle aller Dinge führen. Wenn die Schöpfung vollständig vernichtet ist, wenn weder die Veden noch die materielle Zeit noch die grob- und feinstofflichen Elemente bestehen und wenn alle Lebewesen in einem unmanifestierten Zustand, in der Rhein, ruhen, werden all diese künstlichen Vorgänge null und nichtig und haben keine Wirkung mehr. Hingebungsvoller Dienst dagegen wird in der ewigen spirituellen Welt ewig weitergeführt und deshalb ist der einzige wirkliche Vorgang der Selbstverwirklichung oder Gottes Erkenntnis der hingebungsvolle Dienst. Wenn man sich dem Vorgang des hingebungsvollen Dienstes zuwendet, wendet man sich dem wahren Vorgang der Gottes Erkenntnis zu. Deshalb heißt es in diesem Zusammenhang in Srila Shrida Swamis Vers, dass die höchste Quelle alles Bestehenden, die höchste Persönlichkeit Gottes, so groß und unbegrenzt ist, dass es dem Lebewesen nicht möglich ist, sie durch irgendwelche materiellen Errungenschaften zu verstehen. Aus diesem Grund sollte jeder zum Herrn beten, ewig in seinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt sein zu dürfen, sodass man durch seine Gnade die höchste Quelle der Schöpfung verstehen kann. Die höchste Quelle der Schöpfung, der höchste Herr, offenbart sich nur seinem Geweihten. Im vierten Kapitel der Bhagavad-Gita sagt der Herr zu Arjuna, mein lieber Arjuna, weil du mein Geweihter und mein vertrauter Freund bist, will ich dir nun den Vorgang offenbaren, durch den du mich verstehen kannst. Mit anderen Worten, wir können die höchste Quelle der Schöpfung, die höchste Persönlichkeit Gottes, nicht Kraft unserer eigenen Bemühung verstehen. Wir müssen ihn durch hingebungsvollen Dienst erfreuen, dann wird er sich uns offenbaren und wir können ihn bis zu einem gewissen Maß verstehen. Es gibt verschiedene Arten von Philosophen, die versucht haben, die höchste Ursache durch mentale Spekulation zu erfassen. Man unterscheidet im Allgemeinen sechs Gruppen, die unter dem Begriff Sat-Darshana zusammengefasst werden. All diese Philosophien sind Unpersönlichkeitsanhänger und werden als Mayavadis bezeichnet. Jeder von ihnen hat versucht, seine eigene Auffassung durchzusetzen, obwohl sie dann später Kompromisse schlossen und erklärten, alle Auffassungen führten zum gleichen Ziel und daher sei jede Auffassung richtig. Doch wie aus den Gebeten der personifizierten Weden hervorgeht, ist keine ihrer Auffassungen richtig. Denn der Vorgang, durch den sie sich ihr Wissen aneigneten, wurde in der zeitweiligen materiellen Welt geschaffen. Sie alle haben das Grundlegendste und Wichtigste nicht verstanden, dass nämlich die höchste Persönlichkeit Gottes, die absolute Wahrheit, nur durch hingebungsvollen Dienst verstanden werden kann. Eine Gruppe von Philosophen, die Mimangsakas, die von Weisen wie Jai-Mini vertreten werden, ist der Ansicht, jeder müsse fromme Tätigkeiten ausführen und seine vorgeschriebenen Pflichten erfüllen, weil dies zur höchsten Vollkommenheit führen werde. Doch dieser Auffassung wird im neunten Kapitel der Bhagavad-Gita widersprochen, wo Shri Krishna erklärt, dass man durch fromme Tätigkeiten zwar auf die himmlischen Planeten gelangen kann, dass man aber, sobald der Lohn für die frommen Tätigkeiten aufgebraucht ist, den Genuss des höheren materiellen Lebensstandards auf den himmlischen Planeten verlassen und wieder zu den niederen Planeten zurückkehren muss, wo die Lebensdauer äußerst kurz und das Ausmaß materiellen Glücks viel kleiner ist. Wörtlich heißt es in der Bhagavad-Gita in diesem Zusammenhang Jine Pugnye Martya Lokam Vishanti daher ist die Schlussfolgerung der Mimansakar Philosophen fromme Tätigkeiten führten einen zur absoluten Wahrheit nicht richtig. Obwohl ein reiner Gottgeweihter von Natur aus zu frommen Tätigkeiten neigt, kann niemand allein durch fromme Tätigkeiten die Gunst der höchsten Persönlichkeit Gottes erlangen. Durch fromme Tätigkeiten kann man zwar von der durch Unwissenheit und Leidenschaft erzeugten Verunreinigung geläutert werden, doch dies erreicht ein Gottgeweihter automatisch, da er ständig in das Hören der Transzendentalen Botschaft in Form der Bhagavad-Gita, des Srimad Bhagavatam und ähnlicher Schriften vertieft ist. Aus der Bhagavad-Gita erfahren wir, dass selbst ein Mensch, der das vorgeschriebene Maß frommer Tätigkeiten nicht erfüllt, dafür aber absolut in hingebungsvollen Dienst beschäftigt ist, als Gottgeweihter betrachtet werden muss, der sich auf dem sicheren Pfad zur spirituellen Vollkommenheit befindet. Auch heißt es in der Bhagavad-Gita, dass jemand, der sich mit Liebe und Vertrauen im hingebungsvollen Dienst beschäftigt, von innen her, von der höchsten Persönlichkeit Gottes gelenkt wird. Der höchste Herr gibt dem Gottgeweihten als Paramatma, als spiritueller Meister im Herzen, genaue Anweisungen, sodass er schließlich in das Reich Gottes zurückkehren kann. Die Schlussfolgerung der Mimansaka-Philosophen ist also nicht die Wahrheit, die den Menschen zum richtigen Verständnis führt. Die Sankhya-Philosophen, eine andere Gruppe von Philosophen, sind Metaphysiker und materialistische Wissenschaftler, die die kosmische Manifestation mithilfe ihrer selbst erfundenen wissenschaftlichen Methoden studieren, aber die höchste Autorität Gottes als Schöpfer der kosmischen Manifestation nicht anerkennen. Stattdessen gelangen sie zu dem falschen Anschluss, dass die Wechselwirkung der materiellen Elemente die ursprüngliche Ursache der Schöpfung sei. Die Bhagavad-Gita jedoch verwirft diese Theorie, indem sie unmissverständlich erklärt, dass alles im Kosmos unter der Führung der höchsten Persönlichkeit Gottes steht. Diese Tatsache wird auch in dem vedischen Aphorismus Asad Va Edam Agra Asit bestätigt, der besagt, dass der Ursprung der Schöpfung schon vor der kosmischen Manifestation existierte. Die materiellen Elemente können also nicht die Ursache der materiellen Schöpfung sein. Die materiellen Elemente werden zwar als materielle Ursachen anerkannt, aber die ursprüngliche Ursache ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Deshalb erklärt die Bhagavad-Gita, dass die materielle Natur unter Krishnas Führung arbeitet. Die Schlussfolgerung der atheistischen Sankhya-Philosophie lautet, weil die Wirkungen der materiellen Welten zeitweilig und illusorisch sind, muss auch die Ursache selbst illusorisch sein. Die Sankhya-Philosophen vertreten die Lehre vom Nichts. In Wirklichkeit jedoch ist die ursprüngliche Ursache die höchste Persönlichkeit Gottes und die kosmische Manifestation ist die zeitweilige Manifestation der materiellen Energie des Herrn. Wenn diese zeitweilige Manifestation vernichtet wird, bleibt ihre Ursache, die ewige spirituelle Welt, bestehen wie zuvor. Sie wird deshalb auch Sanatana Dham, das ewige Reich, genannt. Die Schlussfolgerung der Sankhya-Philosophen ist also falsch. Des Weiteren gibt es eine Schule von Philosophen, deren Führer Gautama und Kanada sind. Sie sind nach eingehendem Studium der Ursache und der Wirkung der materiellen Elemente zum Schluss gekommen, dass Atomverbindungen die ursprüngliche Ursache der Schöpfung seien. Die heutigen materialistischen Wissenschaftler vertreten die gleichen Ansichten wie einst Gautama und Kanada. Die Begründer der Paramahnu Vada Theorie. Dieser Theorie kann jedoch nicht zugestimmt werden, da leblose Atome niemals die ursprüngliche Ursache alles Bestehenden sein können. Dies wird sowohl in der Bhagavad Gita und im Srimad Bhagavatam als auch in den Veden bestätigt, in denen es unter anderem heißt Ekonarain Asit. Allein Narain existierte vor der Schöpfung. Das Srimad Bhagavatam und das Vedanta Sutra erklären ebenfalls, dass die ursprüngliche Ursache eine fühlende Person ist, die sich sowohl indirekt als auch direkt aller Dinge innerhalb der Schöpfung bewusst ist. In der Bhagavad Gita sagt Krishna Ahang Savasya Prabhavaha Ich bin die ursprüngliche Ursache aller Dinge und Mataha Savang Pravartate Von mir geht alles Bestehende aus. Selbst wenn die Atome also die Grundverbindungen der materiellen Manifestationen bilden, sind diese Atome doch von der höchsten Persönlichkeit Gottes erzeugt worden. Deshalb muss die Philosophie Gautamas und Kanadas verworfen werden. Des Weiteren gibt es die Unpersönlichkeitsanhänger, die von Ashtavakra und später von Shankacharya angeführt wurden und sie glauben, dass die unpersönliche Brahmanausstrahlung die Ursache von allem sei. Nach ihrer Theorie ist die materielle Manifestation zeitweilig und unwirklich, wohingegen die unpersönliche Brahmanausstrahlung die Wirklichkeit darstelle. Doch auch diese Theorie ist falsch, denn wie der Herr selbst in der Bhagavad Gita sagt, hat die Brahmanausstrahlung ihre Ursache in seiner Persönlichkeit. In der Brahmasanhita wird ebenfalls bestätigt, dass das leuchtende Brahman die Ausstrahlung von Krishnas Körper ist. Daher kann das unpersönliche Brahman nicht die ursprüngliche Ursache der kosmischen Manifestation sein. Die ursprüngliche Ursache ist die unendlich vollkommene und bewusste Persönlichkeit Gottes. Govinda Die gefährlichste Theorie Theorie Unpersönlichkeitsanhänger besagt, dass Gott, wenn er als Inkarnation erscheint, einen materiellen Körper annehme, der von den drei Erscheinungsweisen geschaffen sei. Diese Marjavadi Theorie wurde von Sri Chaitanya als übelste Blasphemie verurteilt. Er sagte, dass jeder, der den transzendentalen Körper der Persönlichkeit Gottes für eine Schöpfung der materiellen Natur halte, sich des größten Vergehens gegen die Lotusfüße Sri Vishnus schuldig mache. Ebenso erklärt die Bhagavad Gita, dass nur die Dummköpfe und Schurken Gott, die höchste Person, verspotten, wenn er in einer menschlichen Gestalt erscheint. So haben sich Sri Krishna, Sri Ram und Sri Chaitanya, als sie erschienen, tatsächlich wie Menschen unter Menschen verhalten. Die Veden in Person verurteilen die unpersönliche Auffassung als grobe Entstellung der Wahrheit. In der Brahma Sanghita wird der Körper der höchsten Persönlichkeit Gottes als Ananda Chinmaya Ras beschrieben. Die höchste Persönlichkeit Gottes hat einen spirituellen, keinen materiellen Körper. Krishna kann mit jedem Teil seines Körpers nach Belieben alles genießen. Und deshalb ist er allmächtig. Die Teile eines materiellen Körpers können nur jeweils eine bestimmte Funktion erfüllen. Zum Beispiel können die Hände etwas festhalten, aber man kann mit ihnen nicht sehen oder hören. Weil der Körper der höchsten Persönlichkeit Gottes Ananda Chinmaya Ras und Satchit Ananda Vigraha ist, kann er mit jedem seiner Körperteile alles genießen und alles tun. Die Annahme der spirituelle Körper des Herrn sei materiell entspringt dem Bestreben, die höchste Persönlichkeit Gottes mit der bedingten Seele gleichzusetzen. Die bedingte Seele hat einen materiellen Körper und wenn deshalb Gott auch einen materiellen Körper hat, dann wäre es sehr leicht, die unpersönliche Theorie zu verbreiten, die besagt, die höchste Persönlichkeit Gottes und die Lebewesen seien in jeder Beziehung gleich. Die Wahrheit jedoch sieht anders aus. Wenn der Herr die höchste Persönlichkeit Gottes erscheint, entfaltet er mannigfaltige Spiele. Aber es gibt keinen Unterschied zwischen seinem Körper, wenn er als kleines Kind auf Mutter Yashodas Schoß sitzt und wenn er als sogenannte Erwachsener mit Dämonen kämpft. Schon als er als kleines Kind mit Dämonen wie Putana, Trinavata und Agasura kämpfte, offenbarte sein Körper die gleiche Kraft, mit der er in seiner Jugend Dämonen wie Dantavakra, Shishupal und anderer vernichtete. Wenn eine bedingte Seele im materiellen Leben ihren Körper wechselt, vergisst sie alles über ihren vorherigen Körper. Doch wie wir aus der Bhagavad Gita erfahren, vergaß Krishna, da er einen Satchit Ananda Körper hat, nicht, dass er vor Millionen von Jahren den Sonnengott in den Lehren der Bhagavad Gita unterwiesen hatte. Weil der Herr sowohl zur materiellen als auch zur spirituellen Existenz transzendental ist, wird er auch Purushottam genannt. Dass er die Ursache aller Ursachen ist, bedeutet, dass er die Ursache sowohl der materiellen als auch der spirituellen Welt ist. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist allmächtig und allwissend und allwissend weil ein materieller Körper weder allmächtig noch allwissend sein kann, ist der Körper des Herrn ganz bestimmt nicht materiell. Die Mayavadi-Theorie, nach der die Persönlichkeit Gottes in einem materiellen Körper in die materielle Welt kommt, kann somit unter keinen Umständen anerkannt werden. Abschließend lässt sich sagen, dass alle Theorien der materialistischen Philosophen vom zeitweiligen illusorischen Dasein hergeleitet werden und daher den Schlussfolgerungen in einem Traum gleichen. Zweifellos können uns solche Schlussfolgerungen nicht zur absoluten Wahrheit führen. Wie der Herr selbst in der Bhagavad-Gita erklärt, kann die absolute Wahrheit nur durch hingebungsvollen Dienst verstanden werden. Bhaktiamang Abhijanati Nur durch hingebungsvollen Dienst bin ich zu verstehen. In diesem Zusammenhang hat Srila Sridhar Swami einen wunderschönen Vers verfasst. Mein lieber Herr, mögen andere sich mit falschen Argumenten und trockenen Spekulationen auseinandersetzen und über ihre großartigen philosophischen Thesen theorisieren. Mögen sie in der Finsternis der Unwissenheit und Illusion umherirren und sich in dem falschen Glauben wiegen hochbewanderte Gelehrte zu sein, obwohl sie nicht das geringste Wissen über die Höchste Persönlichkeit Gottes besitzen. Was aber mich betrifft, so wünsche ich mir, einfach nur durch das Chanten der Heiligen Namen der Höchsten Persönlichkeit Gottes befreit zu werden. Die Höchste Persönlichkeit Gottes, die von unvergleichlicher Schönheit ist, besitzt viele Namen Madhava, Vamana, Trinayana, Shankaschan, Shripati und Govinda, indem ich einfach seine transzendentalen Namen chente, bitte ich darum, von der Verunreinigung des materiellen Daseins frei zu werden. Die Veden in Person fuhren fort. Lieber Herr, wenn ein Lebewesen durch deine Gnade zum richtigen Verständnis deiner erhabenen transzendentalen Stellung gelangt, gibt es sich nicht mehr mit den Theorien ab, die von den mentalen Spekulanten und den Pseudophilosophen erdacht wurden. Diese Feststellung bezieht sich auf die spekulativen Theorien Gautamas, Kanadas, Patanjalis und Kapilas, der auch Nirishwara genannt wird. Es gibt zwei Kapilas, der eine Kapila, der Sohn Kadarmamunis, ist eine Inkarnation Gottes und der andere ist ein Atheist, der während des gegenwärtigen Zeitalters erschienen ist. Der atheistische Kapila wird irrtümlicherweise oft für die höchste Persönlichkeit Gottes gehalten, der vor unvorstellbar langer Zeit während des Zeitalters Svayambuva Manus als der Sohn Kadarmamunis erschienen ist. Das gegenwärtige Zeitalter ist das Zeitalter Vaishvata Manus. Kapila, die Inkarnation Gottes, jedoch erschien während des Zeitalters Svayambuva Manus. Die Mayavadi-Philosophie besagt, die manifestierte Welt, das heißt die materielle Welt, sei falsch. Mitya und Maya. Das Predigen der Mayavadis beruht auf dem Grundsatz Brahma Satya Jagat Mitya. Damit wollen sie sagen, dass nur das leuchtende Brahman Wirklichkeit sei, wohingegen die kosmische Manifestation illusorisch und falsch sei. Doch nach der Vaishnava-Philosophie wurde die kosmische Manifestation von der höchsten Persönlichkeit Gottes hervorgebracht. In der Bhagavad-Gita erklärt der Herr, dass er durch eine seiner vollständigen Teilerweiterungen in die materielle Welt eingeht, wodurch die Schöpfung stattfindet. Auch aus den Veden geht hervor, dass die zeitweilige Asat, kosmische Manifestation ebenfalls eine Emanation des Höchsten Sat, der Höchsten Wirklichkeit ist. Und in Vedantas Sutra heißt es, dass alles aus dem Höchsten Brahman hervorgegangen ist. Deshalb betrachten die Vaishnavas die kosmische Manifestation nicht als falsch. Nein, der Vaishnava-Philosoph sieht alles in der materiellen Welt, in der Beziehung zum Höchsten Herrn. Diese Auffassung von der materiellen Welt ist von Srila Rupa Goswami sehr schön erklärt worden. Er sagte, dass jemand, der die materielle Welt als illusorisch und falsch zurückweist, ohne zu wissen, dass auch sie eine Manifestation des höchsten Herrn ist, eine Entsagung ausführe, die keinen praktischen Wert hat. Die Vaishnavas jedoch sind völlig frei von Anhaftung an die materielle Welt, die im Allgemeinen als ein Objekt der Sinnenbefriedigung angesehen wird. Den Vaishnavas ist nichts an Sinnenbefriedigung gelegen, und deshalb fühlen sie sich auch nicht zu materiellen Tätigkeiten hingezogen. Die Vaishnavas benutzen die materielle Welt, indem sie sich strikt an die regulierenden Prinzipien halten, die von den Veden vorgeschrieben werden. Weil die höchste Persönlichkeit Gottes die ursprüngliche Ursache alles existierenden ist, sieht der Vaishnava alles, selbst die Dinge in der materiellen Welt in Beziehung zu Krishna. Durch ein solch fortgeschrittenes Wissen wird alles spiritualisiert. Mit anderen Worten, alles in der materiellen Welt ist bereits spirituell. Und nur weil es uns an Wissen mangelt, sehen wir etwas als materiell. Die vedenden Personen gaben in diesem Zusammenhang das Beispiel, dass jemand, der nach Gold sucht, niemals goldene Ohrringe, goldene Armreife oder irgendetwas anderes aus Gold zurückweist, nur weil diese Dinge von anderer Form sind als das ursprüngliche Gold. Ebenso sind alle Lebewesen als Bestandteile des höchsten Herrn qualitativ eins mit ihm. Doch gegenwärtig befinden sie sich, genau wie das zu verschiedenen Schmuckstücken verarbeitete Gold, das aus einer einzigen Mine stammt, in den verschiedenen Körpern der 8. 400.000 Lebensformen. Ebenso wie jemand, der den Wert von Gold zu schätzen weiß, alle verschieden geformten goldenen Schmuckstücke annimmt, so betrachtet ein Vaishnava alle Lebewesen als ewige Diener Gottes, da er sich voll darüber bewusst ist, dass sie alle qualitativ mit der höchsten Persönlichkeit Gottes eins sind. So wie in wie in Traum von Körper zu Körper Wenn wenn sich ihr Bewusstsein dass es zwei Arten von spirituellen Wesen gibt, die Jivas und den höchsten Herrn Angefangen mit Brahma bis hinunter zur Ameise sind alle Lebewesen Jivas wo hingegen der Herr der vierarmige höchste Vishnu oder Janardana ist. Das Wort Atma kann sich eigentlich nur auf die höchste Persönlichkeit Gottes beziehen doch weil die Lebewesen seine Bestandteile sind werden auch sie manchmal als Atma bezeichnet. Das Lebewesen wird daher Jivatma und der höchste Herr Paramatma genannt. Da sich sowohl der Paramatma als auch der Jivatma in der materiellen Welt aufhalten muss die materielle Welt einem anderen Zweck dienen als der Sinnenbefriedigung. Während die Auffassung das Leben sei zur Sinnenbefriedigung bestimmt ein Trugschluss ist, ist die Auffassung dass der Jivatma dem Paramatma dienen muss und dies auch in der materiellen Welt alles andere als ein Trugschluss. Ein Krishna bewusster Mensch ist sich dessen immer bewusst und deshalb hält er die materielle Welt nicht für falsch sondern handelt auf der Ebene der Wirklichkeit das heißt er beschäftigt sich im transzendentalen Der Gottgeweihte sieht deshalb in allen Dingen der materiellen Welt eine Gelegenheit dem Herrn zu dienen Er lehnt nichts als materiell ab sondern stellt alles in den Dienst des Herrn Auf diese Weise befindet sich der Gottgeweihte ständig auf der transzendentalen Ebene und alles was er verwendet wird spirituell geläutert weil er es im Dienst des Herrn verwendet Schrida Swamy verfasste hierzu einen schönen Vers Ich verehre den Herrn die höchste Persönlichkeit Gottes der immer als Wirklichkeit manifestiert ist selbst in der materiellen Welt die von einigen als unwirklich angesehen wird Die Auffassung die materielle Welt sei Trug ist auf mangelndes Wissen zurückzuführen Aber ein Mensch im Krishna Bewusstsein sieht die höchste Persönlichkeit Gottes in allem Das ist die Verwirklichung der wahren Bedeutung des vedischen Aphorismus Sarvam Kal Vidam Brahma Alles ist Brahman Die Veden in Person fuhren fort Lieber Herr die weniger intelligenten Menschen mögen sich anderen Vorgängen der Selbstverwirklichung widmen Doch in Wirklichkeit besteht nicht die geringste Möglichkeit von der materiellen Verunreinigung frei zu werden oder dem Kreislauf von Geburt und Tod ein Ende zu bereiten solange man nicht ein völlig reiner Gottgeweihter ist Lieber Herr Alles ruht auf deinen vielfachen Energien und wie in den Veden erklärt wird wird ein jeder von dir versorgt Daher bist du oh Herr der Erhalter und Versorger aller Lebewesen der Halbgötter Menschen und Tiere jeder wird von dir erhalten Gott bist die Wurzel der gesamten Schöpfung die jenigen die in deinem hingebungsvollen Dienst beschäftigt sind ohne jemals abzuweichen bringen dir deshalb ewiglich ihre Verehrung dar Solche gottgeweihten die sich vollkommen im Krishna Bewusstsein beschäftigen überwinden mit Leichtigkeit den Kreislauf von Geburt und Tod und springen gleichsam über den Kopf des Todes hinweg Ein Gottgeweihter fürchtet sich niemals vor dem Tod oder dem Wechsel seines Körpers Sein Bewusstsein hat sich zu Krishna Bewusstsein gewandelt und selbst wenn er nicht sogleich zu Gott zurückkehrt sondern einen weiteren materiellen Körper annimmt hat er nichts zu befürchten Ein gutes Beispiel für einen solchen Gottgeweihten ist Parat Maharaj Obwohl er nach seinem Tod den Körper eines Rehes annehmen musste wurde er bereits im darauffolgenden Leben von aller materiellen Verunreinigung vollkommen befreit und in das Königreich Gottes erhoben In der Bhagavad Gita wird deshalb erklärt dass ein Gottgeweihter niemals vergeht Dem Gottgeweihten ist die Rückkehr zum spirituellen Königreich die Heimkehr zu Gott sicher selbst wenn ihm in seinem Leben ein Fehltritt unterläuft erhebt ihn sein Festhalten am Krishna Bewusstsein und Hör bis er schließlich zu Gott zurückkehrt Ein reiner Gottgeweihter läutert nicht nur sein eigenes Dasein sondern auch das Dasein eines jeden der sein Schüler wird so dass dieser schließlich ohne Schwierigkeiten das Königreich Gottes betreten kann Ein reiner Gottgeweihter überwindet also nicht nur selbst den Tod sondern auch durch seine Gnade können auch all diejenigen die ihm nachfolgen mühelos das gleiche Ziel erreichen Die Macht des hingebungsvollen Dienstes ist so groß dass ein reiner Gottgeweihter eine andere Person zu elektrisieren vermag wenn er seine transzendentale Anweisung gibt wie der Ozean der Unwissenheit zu überqueren ist Die Anweisungen eines reinen Gottgeweihter an seinen Schüler sind zudem sehr einfach Niemandem fällt es schwer den Fußstapfen eines reinen Gottgeweihter zu folgen Das Tor zur Befreiung öffnet sich jedem der sich einer Schülernachfolge anschließt die auf autorisierte Geweihte des Herrn zurückgeht wie Brahma Shiva Dikumaras Manu Kapila König Pralat König Janaka Shugadev Goswami Yamaraj und andere Diejenigen hingegen die keine Gottgeweihten sind sondern sich unsicheren Methoden der Selbstverwirklichung widmen wie denen des Gyan Yoga und Karma sind zweifellos immer noch verunreinigt Obwohl solche verunreinigten Menschen den Anschein erwecken mögen als seien sie auf dem Pfad der Selbstverwirklichung sehr weit fortgeschritten können sie sich nicht einmal selbst befreien ganz zu schweigen also von denen die ihnen folgen Solche Nicht-Gottgeweihten werden mit angeketteten Tieren verglichen da sie nicht in der Lage sind über die Äußerlichkeiten ihrer jeweiligen Glaubensrichtung hinaus zu gehen In der Bhagavad-Gita werden sie als Vedavidaha verurteilt Sie begreifen nicht dass sich die Veden nur mit Tätigkeiten unter dem Einfluss der materiellen Erscheinungsweisen der Natur Tugend Leidenschaft und Unwissenheit befassen Shri Krishna gab Arjuna den Rat die in den Veden vorgeschriebenen Pflichten hinter sich zu lassen und sich im Krishna Bewusstsein dem hingebungsvollen Dienst zuzuwenden In der Bhagavad-Gita heißt es an dieser Stelle Nishtray Gunyo Bhavajuno Mein lieber Arjuna erhebe dich über die vedischen Rituale Diese transzendentale Stellung die sich jenseits der Durchführung vedischer Rituale befindet erreicht man im hingebungsvollen Dienst In der Bhagavad-Gita sagt der Herr deutlich dass diejenigen die sich ohne Verfälschung in seinem hingebungsvollen Dienst beschäftigen die Ebene des Brahmans erreicht haben Wahre Brahman Verwirklichung bedeutet Krishna Bewusstsein und die Beschäftigung im hingebungsvollen Dienst Deshalb sind die gottgeweihten echte Brahmacharis denn ihre Tätigkeiten befinden sich immer auf der Ebene des Krishna Bewusstseins des hingebungsvollen Dienstes Die Bewegung für Krishna Bewusstsein ist ein Aufruf von höchster Stelle an alle Arten von religiösen Menschen und Transcendentalisten Sie alle werden hiermit mit hoher Autorität aufgefordert sich in dieser Bewegung zu vereinigen wo man lernen kann Gott zu lieben und dadurch alle vorgeschriebenen Regeln und Förmlichkeiten der Schriften hinter sich zu lassen Ein Mensch der nicht über die Stufe Stereotyper religiöser Prinzipien hinaus gelangen kann wird mit einem Tier verglichen das von seinem Meister an die Kette gelegt worden ist Der Sinn aller Religionen besteht darin Gott zu verstehen und seine schlummernde Liebe zu ihm zu erwecken Wenn man jedoch nur an den religiösen Formen und Ritualen festhält und keine Liebe zu Gott entwickelt gilt man als angekettetes Tier Mit anderen Worten Jemand der nicht Krishna bewusst ist kann von der Verunreinigung des materiellen Daseins nicht befreit werden In einem anderen Vers von Srila Sridhar Swami heißt es Sollen Andere sich strenge Entsagungen auferlegen Sollen Andere sich von den Gipfeln der Berge zu Tode stürzen Sollen Andere zu vielen heiligen Pilgerstätten reisen um Befreiung zu erlangen Und Sollen Andere sich in das eingehende Studium der Philosophie und der Vedischen Schriften versenken Lass die Yogis sich ihrer Meditation widmen und Lass die verschiedenen Religionen sinnlos miteinander streiten welche von ihnen die beste sei Die Wahrheit ist dass niemand den Ozean des materiellen Daseins zu überqueren vermag ohne Krishna bewusst zu sein ohne sich im hingebungsvollen Dienst zu beschäftigen und ohne die Barmherzigkeit der höchsten Persönlichkeit Gottes zu erlangen Ein intelligenter Mensch gibt daher alle schablonenhaften Vorstellungen auf und schließt sich der Bewegung für Krishna Bewusstsein an um wirklich befreit zu werden